Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte! Ja, Officer, bitteschön Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen Sie werden mit einem Bußgeld von 25 Dollar wegen unerlaubter Straßenüberquerung belegt Sie vermiesen mir den Tag Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren, auf Wiedersehen Sie haben Müll auf die Straße geworfen Stimmt, Officer, ich mach's nicht nochmal Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier ist er Das ist er, das ist er, das ist er, das ist er Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung Danke, Officer Schönen Tag noch, auf Wiedersehen Hallo, Officer Hallo, zurück Hallo, zurück Ich bin froh, bis poderia Ich bin froh Ich bin froh, ober Auf WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Unterstützung angefordert sind, Officer verfügbar. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihren Standort geschickt. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Ich schaffe mich, ich schaffe mich. Das war's für heute. Ich halte Sie wegen unerlaubter Straßenüberquerung fest. Da muss ich Ihnen widersprechen, Officer. Die Ampel war grün für Fußgänger. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Sie sind verhaftet, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte, tun Sie das nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich habe in der Nähe gefahren. Ich bin gleich bei Ihnen. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Bitte, begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifen fahren. Wenn es sein muss. Zip. Danke. Zip. Zip. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Hallo! Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. wird ich ein Auto, das abgeschleppt werden muss. good und ich brauche die Abge Expandeln, особенно im Rahmen von meinem Am rien angehen. Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Ja, Officer, es tut mir leid. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer, bitteschön. Ich werde Sie abtasten, für den Fall, dass Sie etwas Illegales mithühren. Sie werden mit einem Bußgeld von 25 Dollar wegen unerlaubter Straßenüberquerung belegt. Warum ist das so teuer? Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hiya. Hi. Hiya. Hiya. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Ihre Schicht ist um, Officer Die ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020